Ja, das macht auf jeden Fall echt eine Menge Spaß. Ey, Tom, guck mal. Also, was für einen Ansporn brauchst du noch? Heiß ich auch nicht. Mann. Also, Helena und Tom, falls ihr das schafft, dann auf jeden Fall stark. Gibt's von dir auch nochmal 50 Euro? Jetzt geht's aber los hier. Mann, wie machst du das denn immer? Ich bin cool. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen, ja, zu einem Tower of Hell-Video. Und ich glaube, wir spielen zum ersten Mal. Danja, bleibst du bitte einmal kurz hier? Warum? Darum, du musst nach unten kommen. Warum? Komm jetzt nach unten. So, wir spielen das erste Mal Tower of Hell. Und wir machen es so wie bei Mario Kart. Tom, Lena, Danja, wenn jemand von euch vor mir oben ist, darf er sich ein Geschenk im Wert von 50 Euro aussuchen. Oha. Ich gebe das Zeichen, okay? Alles klar, let's go. Gut, äh... Und wir starten sofort. Einen Moment, ich muss kurz was vorbereiten. Alles klar. Ja, du bist aber auch einer, ne? So, drei, zwei, eins und go. Das war so klar. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Danja, darf ich ihn hassen? Ja, darfst du. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist ganz schlimm. Ich bin doch so schon schlecht genug. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, Tom. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Kommt ihr auf den ersten Block? Was passiert hier? Den ersten Block kriege ich hin, auch den zweiten, aber der dritte wird dann schwierig. Ich fliege so irgendwie ganz komisch rum. Wie du fliegst komisch rum? Hat Khan schon wieder irgendwas an? Ich kann das überhaupt nicht steuern. Was ist das? Oh mein Gott, ich bin auf den ersten Block. Tada! Hä, was passiert hier? Auf den dritten, auf den vierten. Und jetzt weiß ich nicht, woher lang. Kleiner Plan. Was ist denn los? Also, ihr könnt 50 Euro... Also, wie gesagt, ihr kriegt 50 Euro von mir. Ja, 50 Euro sind den Stress hier nicht wert, Khan. Es tut mir echt leid. Ja gut, wenn es so ist. Ich sage es euch, ich bin... Äh, ich bin oben schon fast. Hehe. Ja. Hehehe. Ich bin wieder runtergefallen. Hä? Backt das bei mir irgendwie? Das ist so komisch. Das ist so komisch. Hast du mir ein extra Handicap noch gegeben? Nö, eigentlich nicht. Weil ich gehe da oben auf die Plattform und fall einfach da durch. Ich kann nicht mal auf den ersten springen. Ja, du denkst, du denkst, du bist auf der Plattform. Aber vielleicht bist du nicht auf der Plattform. Oh, jetzt bin ich auch runtergefallen. So, komm, das musst du dir nur noch drei Minuten durchhalten. Versprochen. Die anderen Tore, da werde ich nichts machen. Äh, Tom, ich weiß, was du meinst. Ist es... Ich... Hä? Ey, Kahn. Was? Ich weiß, was Tom meint. Ich habe dasselbe Problem. Was hast du gemacht? Dann seid ihr beide schlecht. Ich glaube, man kann einfach gar nicht einschätzen, wo der Charakter ist. Tom, schwebst du auch? Ja, das war bei mir eben auch so. Also, was ihr machen könnt, ist in den First-Person-Modus, also ganz nah ran zoomen einfach. Ja, das habe ich jetzt auch, das ist besser. Ey, Kahn. Was? Ihr wolltet eine Herausforderung? Hier habt ihr. Ich habe niemand den ersten Schwung. Niemand hat danach gefragt, Kahn. Niemand hat danach gefragt. Innerlich wolltet ihr sie schon. Nein. Nein, wollten wir nicht. Nein, wollten wir nicht. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, das Beste, was mir heute passieren könnte, wäre, Tower of Hell zu spielen, ohne dass ich meine Figur sehe. Ey, ich bin schon bei Blau. Super. Ich schwöre, ich bin bei Blau. Ja, das interessiert uns alle brennend. Ich bin aus dem Tower. Ich bin irgendwo im Nirgendwo. Das war bei mir eben auch so. Ey, das ist katastrophal. Wann hört das wieder auf? Also, ich bin schon bei Blau. Das ist echt schön für dich, Kahn. Oh, und ich bin runtergefallen. Also, für alle, die gerade auf dem Server sind, vielen, vielen Dank für die Grüße und auch für die, ja. Wir sehen euch leider nicht, aber wir grüßen euch mal. Für die tolle Stimmung. Ja, danke, Kahn. Die haben jetzt bestimmt, weißt du, die freuen sich bestimmt gerade übelst und würden richtig gerne Screenshots machen. Und du hast es natürlich mal wieder versemmelt. Ja, wir bleiben doch auf diesem Tower. Ich mache doch nichts. Ja, ich meine ja nur, vielleicht ist ja dann die Computerzeit vorbei oder so. Man weiß es ja nicht. Und dann ist es deine Schuld. Ja, das tut mir leid. Also, das kann ich jetzt nicht ändern. Es geht hier um 50 Euro. Ja, es geht hier um 50 Euro. Spielst einfach mal fair, Kahn. Ja, das macht auf jeden Fall echt eine Menge Spaß. Ey, Tom, guck mal. Also, was für einen Ansporn brauchst du noch? Heiß ich auch nicht. Mann. Boah, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Wir freuen uns auch alle ganz toll. Ich finde das toll. Ich finde das ganz toll gerade, was hier passiert. Schön, ich bin hier gleich zumindest bei der Leiter. Mann. So, ich habe die Leiter. Bin gleich bei der blauen Ebene. Nein! Guck mal, wir spielen das erste Mal Tower of Hell. Ihr könnt auch ein bisschen bessere Stimmung hier mal verbreiten. Ich habe gleich bessere Stimmung. Wenn ich wieder was sehe, habe ich wieder gute Stimmung. Ich war fast bei der blauen Ebene. Ja, ach man, Lena, schade. Ich finde es crazy, dass sie überhaupt bis dahin kommt. Daniel, gibt es hier nicht so ein Heilmittel, womit man das hier wieder rückgängig macht? Nein. Was ist jetzt allen Ernstes bis zum Ende eines jeden Towers? Nur bei diesem Tower. Sind 30 Sekunden weg. Ja, entspannt euch, ihr werdet das schon hinbekommen. Kannst du den nächsten bitte einfach normal spielen lassen? Ja, ich habe doch gesagt, versprochen, ich mache gar nichts mehr. Wenn es jemand anderes macht, dafür kann ich nichts. Ich würde dich gern kicken, wenn es geht. Ja, das geht leider nicht. Ach, zum Glück ist das jetzt vorbei, ey. Ja, da stellt jemand die richtige Frage. Warum hat Khan das Infi-Level gekauft? Das frage ich mich allerdings auch. Jetzt aber, jetzt könnt ihr hier mal was versuchen. So, jetzt aber los hier. Hä, was ist das denn? Ah, okay. Ein Luftstrom. Oh, das ist auch neu, so ein Luftstrom, dann, ja? Ja. Das ist neu. So viel neu. Oh, okay. Okay. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Hat es jemand von euch schon geschafft? Also wichtig ist, vor mir schaffen, ne? Wenn es einer schafft. Das ist das Wichtige. Ich glaube, dass ich das noch nie in meinem Leben geschafft habe, vor dir einen Tower zu beenden. Ich habe, glaube ich, wenn dann Tower beendet, dass du sie schon beendet hattest. Also Helena und Tom, falls ihr das schafft, dann auf jeden Fall stark. Gibt es von dir auch nochmal 50 Euro. Jetzt geht es aber los hier. Ja, hör mal. Ich raste aus, Alter. Ich raste wirklich einfach aus. Es kann doch nicht sein. Also rechts könnt ihr auch immer sehen, wer wo gerade ist. Nein. Ach, Mann. Ich komme mal nicht bis aufs Letzte. Ja, super. Kahn direkt schon bei Lila. Kahn ist fast schon fertig. Tippititoppitibu. Wie schafft man den dritten? Welchen dritten? Den. Oh Gott. Oh nein, ich hätte fast den Geld. Also ich war gerade schon fast mit Gelb durch und habe mich nicht runtergefahren, weil ich dumm bin. Ich habe es berührt und dann war ich weg. Hier kommt weiter als ich. Das ist ja keine gute Entwicklung für mich bei Roblox, muss ich sagen. Aber diesen Tower hatte ich tatsächlich noch nie. Der muss neu sein. Aber hier hängt man dann noch voll. Das klingt so, als würdest du 24-7 Tower-Pay spielen. Ich kenne ja schon viele Tower-Pay. Nein, aber durch den Schnitt kennt man ja halt auch viele. Und da war sowas noch nicht dabei. Ich hänge hier irgendwie voll fest. So, let's go. Jetzt nicht nochmal den Sprung hin. Ja, let's go. Tom, bist du in der gelben Ebene? Ja, ich bin gleich in der roten. Wie hast du das geschafft? Ich bin in der roten. Let's go. Wie hast du das geschafft, auf die gelbe zu kommen? Skill. So, okay, gelb bin ich jetzt auch. Aber das sieht ganz übel aus. Kahn hat's gleich. Oh Gott, ich bin auch endlich gelb. Es tut mir leid, diese Nachricht zu verkünden, aber ich bin schon oben. Kahn hat's leider geschafft. Nein, oh Mann, mir ist mir nicht aufgefallen. Oh, krieg ich von euch drei eigentlich jetzt einen 50-Euro-Gutschein? Nein. Jetzt gleich einen Tritt in den Hintern von mir. Das ist aber nicht nett. Einen feuchten Händedruck. Vielleicht schaff ich's ja ein zweites Mal nochmal hoch. Ja, bitte. Bitte überrunde uns nochmal. Das wär mega cool. Das wär richtig cool, oder? Aber das würde ja bedeuten, dass wenn ich jetzt da oben bin, bin ich. Nein, ich glaub nicht, dass das das bedeutet. Sorry, du versuchst dir das auch immer so hinzubiegen, dass das auch passt. Nein, dieser Strahle hat mich erwischt. Ich kann nie mehr. Und du schaffst es noch nicht mal. Aber der Tower ist ehrlicherweise gar nicht so schwer. Mhm. Cool. Motiviert. Ja. Aber schon bin ich wieder bei Gelb. Das ist doch wirklich schön. Das war einfach toll. Einfach mal so, ne? So einfach mal schön was aufnehmen auch. Such mal was Nettes auch. Oh, guck mal. Jemand hat Zeit gekauft. Aber euch bringt das nichts? Warum? Weil ich schon oben war. Ja. Aber ich will trotzdem gerne den Tower noch beenden, wenn's möglich wäre. Oh, guck jetzt bin ich zum Beispiel runtergefallen. Och Mann, schade, ey. Ich hätte mir echt gewünscht, dass jemand von euch den Tower hier mal gewinnt. Also vor mir. Guck mal, Daniel ist auch relativ weit um. Du hättest das jetzt wahrscheinlich schaffen können. Wäre es am Anfang nicht so schlecht gewesen. So ist das manchmal. Och Mann, ich krieg das da bei Rot nicht hin. Oh, schade. Tom, Lena. Ehrlich, ey. Ich hätte euch das echt gegönnt. Na super, jetzt hab ich den Tower geschafft, aber halt nicht vor Kahn. Was ist das jetzt hier für den Käse? Normalerweise würde ich mich jetzt übelst freuen. Ich freu mich auch. Stimmt. Weil ich so einmal im Jahr so einen Tower schaffe. Warum hab ich den jetzt nicht vor dir geschafft? Das ist echt sehr ärgerlich, muss ich sagen auch. Ich bleib hier oben. Danach wird's eigentlich nicht mehr so schwer. Lila ist so das Schwierigste. Oh, schön. Ich merk's. Oh, ich guck mal, wie du das gerade machst. Sieht ja easy aus. Jetzt pass auf, jetzt fall ich. Oh mein Gott, ich bin doch auf Rot gelandet. Oh, let's go. Guck mal, ich würd's schaffen, wenn noch genügend Zeit da wäre. Nein, oh Mann. Aber Tom, da wär's auch bei Rot gewesen. Das Problem ist, ich werd wahrscheinlich das so lange mit diesen 50 Euro und so weitermachen, bis wir irgendwann ein Spiel finden, wo ihr wirklich gewinnen werdet. Ja, Mario Kart ist jetzt auch nicht deine große Glanzleistung gewesen. Ja, war's beim letzten Mal schon. So, okay, neuer Tower, neuer Glück. Guck mal, Lena gibt direkt Gas. Lena will die Info wie haben. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, nö. Das gefällt mir. Dania und Lena haben diesen Beitrag geliked. Tom, du bist auch schon sehr weit. Das ist schön. Oh nein, nein, die Dinger mag ich nicht. Das ist, äh, Tom will so vorgehen. Oh nee, ey. Oh nee. Oh, hui. Oh nee. Kann. Oh, let's go. Oh mein Gott, ich bin auch da. Na. Otto, er schafft das doch. Und dann bei so nem Einfachen. Er kann doch, du machst mich ganz kirre. Oh Mann, naja. Nein, nein, nein. Boah, danach wird's aber nicht wirklich einfach, ne, ganz ehrlich. Ach ja, okay. Boah. Ja, also ich sag, wie es ist, der Tower hat es echt in sich. Es kommen danach noch solcher... Ja, es wird definitiv nicht einfacher. Aber... Ja, super. Also das war, das war schon schwierig und es wird noch ganz schwer. Ja, ich glaub, das eine hab ich auch wirklich nur durch pures Glück geschafft. Ja, aber ihr könnt es ja trotzdem schaffen. Guck mal, Danja ist, wollt ich sagen, gut dabei, aber ist jetzt auch nicht wirklich weitergekommen. Nein. Oh, das ist so blöd dort. Diese eine Stelle. Oh, kann, du machst mich ganz... Geh einfach weiter, ja. Das macht mich sonst ganz kirre. Diese eine Stelle, keine Ahnung, wie man die schaffen soll, das würde ich... Ach, Mann. Kahn, wie, muss ich wirklich so rechts noch zur Seite springen? Wahrscheinlich, ne? Ja, muss ich. Achtung. Wie soll ich das denn schaffen? Wie denn? Hopp, geschafft! Leute, ich mach sehr gerne immer mit euch Fotos, wenn wir hier sind. Ich hab nur grad ein bisschen Zeitdruck. Aber wenn ihr uns mal auf dem Server trefft, dürft ihr immer Fotos machen, Leute. Hä, muss ich jetzt da lang oder wie ist denn das jetzt? Hä, warum schaff ich das denn nicht? Warum springt ihr denn nicht? Na, jetzt. Nein, oh, Alter, das ist doch nicht zu fassen. Und Kahn natürlich schon wieder viel weiter. Ich hab grad kurz gedacht, das ist Lena, die es schon geschafft hat. Glaubst mir, ich würd's mir selber wünschen. Aber nein. Nein! Nein! Oh, hä, wie macht man das denn da am Ende? Du kommst drauf, es sieht nur nicht so aus, als wenn du es schaffen könntest, aber du schaffst das. Ach, Mann, ich bin so gut darum hergesprungen. Ich weiß, die Fläche ist nur so ultra winzig und die musst du irgendwie halt treffen. Das Problem ist gar nicht, die zu treffen. Das Problem ist dann eigentlich, von da aus auf die nächsthöhere zu kommen. Und wer ist wieder oben? Ich hab es geschafft! Hat grad jemand was gesagt? Ich hab es geschafft! Kahn, du bist noch da? Ich kann dich nicht hören. Boah, ist das gut, Leute, ist das gut! So, und damit hab ich auch diesen Tower geschafft. Oh, aber ihr habt jetzt noch die Chance bei einem dritten Tower. So, damit hattet ihr drei Tower-Chancen jetzt. Das ist ja echt großzügig von dir. Vor allem, weil du uns den ersten so versaut hast. Ja, aber, ja, aber das sind, dann waren es vier, weil das war jetzt der erste, zweite und dritte. Hä, was? Bei wie vielen, wie viele Tower? Wir sind jetzt beim dritten Tower, also insgesamt vierten, aber der dritte, den man vernünftig spielen kann. Nein! Doch! Ist der zweite? Oh, doch, ja, doch, das stimmt. Oh, doch, ich hab doch zwei Tower geschafft, was willst du? Doch, das stimmt. Oh, wie? Oh Gott, das schaff ich doch nicht. Das ist so schwer. Es ist so schwer. Oh, nee, nicht das, nicht das. Ja, genau das. Wenn du einen Trick herausgefunden hast, dann ja, verrate ihn mir bitte. Ich kenn keinen Trick dafür, ich kann's selber nicht. Das ist, das ist das Hindernis, also da kann ich mich schon abmelden für die 50 Flocken. Och, Mann. Welches Hindernis denn? Ich bin da bestimmt noch nicht mehr hingekommen. Äh, das ist das erste, was nach diesen ganzen kleineren kommt. Das ist direkt quasi über dir. Oh, was? Ach, man muss so hochspringen irgendwie, ne? Aber du stößt halt mit dem Kopf dagegen und dann... How? Not possible. Ich würde bei den Dingern echt immer so richtig gerne das an die Zuschauer abgeben, weil die das nämlich können. Ich denke mal mit Tiftlock, aber... Ich würde gerne einen anderen Tower als den letzten haben und nicht den hier, weil wenn ich schon nicht mal hier über die erste Fläche komme, gefühlt, dann... Kann doch gut sein, dass es danach einfach wird. Ja, wunderbar. So wie im Studium die ersten zwei Semester zum Aussieben sind. Und dann wird's plötzlich einfach. Wie soll man das machen? Ja, toll. Das verstehe ich nicht. Kann nicht mehr. Danke, Kaden. Das ist wirklich großzügig. Was denn? Was willst du denn? Ja, ich will nicht, dass so ein Hindernis hier dabei ist, Mann. Viel einfacher wird's aber nicht gleich, wie es ist. Können wir noch einen anderen Tower bitte? Noch einen weiteren, einen, der nicht direkt schon nach drei Hindernissen aufhört für mich? Nein. Oh, es war so knapp. Hä, und jetzt? Achso. Äh, nein. Das sing ich jetzt nicht mit. Da bricht bei mir sämtliche... We always hate you. Oh, das find ich gut. I hate you too. Ah, Mann, oh. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Kaden ist ja auch schon fast oben. Dann können wir auch direkt alle gehen wieder. Oh. Oh, ich war fast ganz oben. Nein, ich will noch... Ich will noch einen Tower. Ich will noch einen Tower danach. Das hast du nicht zu bestimmen. Doch. Ich will noch einen Tower. Please. Mach den einer hier mal fertig. Ich will, dass das hier schnell umgeht. Das ist ne... Folter gerade hier. Kann ganz ehrlich. Was? Das ist ne miese Challenge. Was? Ich hab euch nur ne Motivation gegeben. Ah, ist schon wieder gestorben. Okay, wisst ihr was? Ist okay. Hiernach bekommt ihr noch einen letzten Tower. Danke. Das ist sehr freundlich. Vielen, vielen Dank. Aber dann darf auch wieder nicht geheult werden. Nein, das kann ich nicht versprechen. Ja, gut. Ist in Ordnung. Letzter Tower danach. Mann, wie machst du das denn immer? Ich bin cool. Hast du das gesehen? Ich hab noch keinen... Hey, hat sie es geschafft? Wie hast du es da oben geschafft? Wie hast du es da oben geschafft? Du da oben. How? Kahn macht halt immer so einen Jump da hoch und dann ist es gut. Aber ich weiß nicht, wie. Ich guck mir jetzt mal hier ein paar Zuschauer an. Ihr könnt das doch alle viel besser als wir. Ja, die können das auch richtig gut. Ich hab das auch von den Zuschauern gelernt. Ach, du weißt, wie das geht, oder was? Ja, ich springe doch die ganze Zeit da rüber. Ja, aber ich mein, gibt's da einen richtigen Tipp für? Shift-Log. Ja, ich benutze ja schon Shift-Log. Aber Shift-Log macht halt auch nicht alles von meiner Unfähigkeit wieder wett, ne? Muss man halt auch mal so sagen. Weil du gehst ja immer nur so einen Schritt zurück und hüpfst dann hoch. Ganz ehrlich, Kahn, das ist blöd. Mann. Ja, du bist natürlich gleich schon wieder oben. Sei ruhig. Bin ich um mich. Och Mann, man braucht Laserschutz hier oben. Nee, ich kann das nicht. Ja, also oben braucht man ein bisschen Laserschutz, weil das ist echt ein bisschen schwierig. Deswegen ging das bei mir gerade nicht. Ich hatte den Shift-Log aus. Ja, den musst du in den, genau, in den Einstellungen musst du erst aktiviert werden. Ja, ich dachte nämlich auch, wenn ich dumm. Sag jetzt nix. Ja, also. Sag jetzt einfach mal nix. Komm, sag. Du hast deine Antwort schon. Danke, mach weiter. Ja, mach ich auch. Ja, aber an der einen Stelle bei diesen Lasern, da hab ich echt so ein Problem. Ich weiß nicht, von welchem Laservider sprichst du. Ja, ich bin ganz oben bei gelb. Schön. So, also. Ich will das jetzt schaffen. Also mit Shifty? Oh ja, stark. Nein! Verdammt! Tom, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Du bist so ruhig. Bitte? Du bist so ruhig. Ja. Ich konzentriere mich, obwohl es nicht viel bringt. Oh ja, komm, jetzt übertreibe ich. Okay, so, wir warten auf den letzten Tower. Und könnte einfach werden, könnte schwierig werden. Werden wir gleich sehen. Eine Minute noch in diesem Tower, das überspringen wir mal ganz kurz. Es sei denn, es passiert noch was, aber ich glaube nicht. Aber so schwer ist der Tower eigentlich nicht. Letzter Tower für heute. Okay, let's go. Hier sind übrigens gerade echt viele Zuschauer von uns drin. Der Chat ist auch echt ein bisschen witzig. Ja, dann konzentriere du dich mal auf den Chat. Ja, jetzt sind hier so ein Laser, ey. Ja, du musst die Kameraperspektive einfach so ein bisschen anpassen, wie das eigentlich. Okay, boah, ja, okay. Das, äh, heh, 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 heh. Könnte etwas schwierig werden jetzt. Meinst du? Äh, ja. Was ist denn da jetzt? Das sind so Leitern. Ach so. Aber da musst du um die Ecke springen. Oh, nee. Da haben wir ja schon den normalen Obis-Probleme mit. Ach, Mann. Aber ihr könnt es schaffen. Alles, was so über Eck geht, ist doch schon schwierig. Eher nicht ganz so unseres. Wobei, eigentlich... Oh, was ist das denn? Oh, no, oh, no, oh, no. Oh, Danja, was ist da? Was ist da los mit dir? Was? Mit mir? Ja. Hey, Danja, schaff das gleich. Neee, hast du gerade versucht, was zu singen? Das war ein lautes Nein von mir. Ach so. Och, Mann. Ey, Danja schafft es. Oh, Danja schafft es. Seid jetzt ruhig. Danja, komm. Wenigstens du. Sag das nicht. Wenn man mich anfeuert oder so, werde ich immer richtig schlecht. Das Problem ist, Kahn kauft gleich locker irgendwas. Kann sein. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Käse hier? Ah. Oh, nein. Oh, Gott. Kann man eigentlich auf die rechte Leiter nicht direkt drauf springen? Ja, kannst du. Oh, okay, das war falsch. Boah, wenn ich sehe, wie das die Zuschauer machen, ne? Das ist, äh. Krass, gell? Krass. Also, echt. Fühlt man sich direkt auch ein bisschen furchtbar. Oh, 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 oh. Das hast du ja keine Ahnung. Ach, Mann, ey. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, yes, 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 yes. Wo lang? Äh. Ich weiß nicht, in welchem Universum ich hier jemals ein Tower beenden soll. Das habe ich auch immer gesagt, Tom. Irgendwann kommt der Tag. Irgendwann ist er da. Und dann, das wird der beste Tag deines Lebens werden, das sage ich dir. Meinst du? Egal, was dann noch kommt, nichts kann das. Das kann dieses Gefühl bieten, wenn du hier so ein Tower schaffst. Das sage ich dir ehrlich. Das kann nicht wahr sein, dass ich da gestorben bin. Das ist ein so ein doofer Sprung hier gerade. Ich habe so mega Panik gerade, ihn zu machen. Weil ich nicht weiß, ob das auch der Richtige ist. Danja, bist du noch bei Grau? Ja. Ist das auch der Richtige? Ich glaube, das ist gar nicht mal der Richtige, oder? Oh, Mann, ey. Oh nein, Danja schafft es. Danja schafft es. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin doch noch gar nicht oben. Ja, aber ich glaube, wenn du das Hindernis schaffst, dann wird es nicht wirklich, danach kann man es eigentlich locker schaffen. Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht geschafft. Oh mein Gott, ein Weiteresprung. Ich, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Was denn jetzt? Oh nee, nicht das. Ey, warum fall ich denn hier die ganze Zeit runter, Mann? Oh nein, oh, es kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Ich muss es wahren. Das ist der einzige Ding. Das ist doch der Richtige, oder? Karl, jetzt mal ehrlich. Oh, es war so klar. Ist jetzt nicht dein Ernst, Mann. Es war so klar. Ey, wenn ihr wisst, wo ich gerade bin, ich könnte jetzt gerade so heulen. Ey, Karl, das ist so unnötig. Jetzt hast du noch die Zeit verdoppelt, natürlich. Natürlich. Zeit habe ich nicht gekauft, nein. Ehrlich, ey, ganz ehrlich. Das ist so gemein. Ja, super. Ja, super. Ich bin raus, Leute. Bist du denn oben angekommen? Nein. Bist du runtergefallen? Nein. Also, du bist einfach stehen geblieben. Nein. Nein, nein, jetzt, ja, ja. Okay, 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 komm. Nee, nix okay, 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 komm. Warte, jetzt hör mir doch mal kurz zu. Nee, ich hör dir jetzt nicht mehr zu. Das war richtig gemein. Ich hätte diese 50 Euro von dir nicht mal angenommen. Ich hätte die nicht mal genommen. Hör mir doch mal zu. Aber einfach die Tatsache, dass du mir diesen Sieg nicht gönnen konntest, weil du es einfach nicht abkannst, wenn man was hinkriegt vor dir. Das ist so, das zeigt einfach schon wieder, was du für ein Mensch bist. Und das nervt mich gerade schon wieder richtig, richtig krass, weil das einfach so unnötig war gerade schon wieder. Es war einfach richtig unnötig. Und jetzt hoffe ich wirklich mal, dass jetzt, dass auch mal jeder das reinschreibt, wie mies das ist. Ich hab's fast geschafft. Ich hätte diese 50 Euro nicht mal genommen. Ich hätte die, keine Ahnung. Ich wollte einfach nur gewinnen kann. Und das war jetzt richtig kacke von dir. Tschüss. Ja, okay. Dania kann gerne rausgehen. Ja, okay, sie hat uns stumm gestellt. Tom, Lena, also, ich hab das zwar gemacht, aber ich hab das ein bisschen aus Witz gemacht. Ich hätte sonst folgendes angeboten und ich denke, ihr werdet das annehmen, weil Dania hätte die 50 Euro nicht angenommen, das weiß ich. Ihr dürft aber beide gerne, was sozusagen, ihr könnt euch Geschenke im Wert sozusagen von 50 Euro jetzt aussuchen, ihr beide. Weil Dania das für euch geschafft hat. Ist das okay? Ja, muss das jetzt auf der Stelle passieren? Natürlich nicht, aber das sollten wir vielleicht nach meinem Urlaub, wenn ich zurück bin, werden wir das definitiv in einem Video mal machen. Okay. Okay, Lena, bist du damit einverstanden? Ich bin einverstanden. Ja. Ja, das freut euch wieder, ne? Ich muss mich erstmal erholen, wirklich. Ich würde auch komplett am Ende mehr feln. Ja, aber du hättest es ja nicht geschafft. Ich war im Orangen-Schnitt. Ich weiß nicht mehr, was da drüber kam. Vielleicht auch nicht, da kommt noch viel, da wäre noch viel gekommen. Ja, also wie gesagt, ihr dürft dann die Geschenke sozusagen für Dania öffnen oder euch aussuchen. Ja, so sieht's aus. Dania ist ein bisschen sauer, aber das interessiert mich nicht. Verständlich. Weil sie hat schon mal einen Tower geschafft und hat mir all meine Pets gescammt. Also dementsprechend, tschö. Leute, Spaß, sie hat's geschafft. Ist okay, sie hat's geschafft. Tschö. Bis zum nächsten Mal.